Weshalb Mütter leichter zu verführen sind, als du denkst und das, obwohl sie oft wenig Zeit haben. Wir alle mögen Mütter, wir alle lieben Mütter und auch schöne Töchter können noch schönere Mütter haben. Jetzt ist die Frage, wie kannst du diese Mütter denn verführen? Vielleicht hast du es ja schon das eine oder andere mal probiert, aber was du öfters feststellen wirst, wenn Mütter kleine Kinder haben, dann haben die Grundsätzlich Interesse signalisieren, haben die irgendwie dann doch nicht so viel Zeit oder können sich nicht auf ein Date festlegen und das hat verschiedene Gründe. Ich will, dass du dich jetzt mal in die Lage von Frauen hineinversetzt, die Kinder haben. In der Regel sind die gestresst, die haben ihren Job, die sind alleinerziehend, die haben keinen Mann, die müssen sich um alles kümmern, um die Kinder, die müssen Geld verdienen und brauchen auch mal ein bisschen Zeit für sich alleine. Daher ist es wichtig als Mann, wenn du Frauen verführen willst, die eine klassische Milf, dass du ihr entgegenkommst und einfach klar kommunizierst. So mache ich das immer und du wirst feststellen, wie einfach das doch tatsächlich geht. Weil erstens, Mütter sind sowieso ein bisschen, also Frauen generell ab 28, 30, 35 sind eh etwas entspannter, die stehen schon mitten im Leben und die haben auch Bedürfnisse. Es ist ja nicht nur so, dass sie etwas älter sind und Kinder haben, sondern die haben auch Bedürfnisse und die sind meistens chronisch untervögelt. Denn wenn sie alleinerziehend sind, dann müssen sie sich um alles kümmern. Und wenn du derjenige bist, der sich ihnen eine Möglichkeit bietet auf schnellen, unkomplizierten Sex, dann werden sie sich in der Regel darauf einlassen, wenn du das auch aber kommunizierst. Wenn du das nicht kommunizierst, wenn du versuchst, dir die ewig lang zu daten und so, das wird in der Regel nicht so gut funktionieren. Besser ist es, wenn du etwas schreibst zu einer Frau oder kannst ihr auch bei sein, wenn du sie ansprichst, sagen, hey, wenn du willst, lass uns doch einfach die Tage einen Spaziergang machen. Und wenn wir uns verstehen, dann holen wir uns noch einen Glühwein und chillen noch ein bisschen bei mir. Noch besser funktioniert es, und die Frau weiß schon, was Sache ist, also die Frau ist ja nicht blöd oder so, und die wird vielleicht kurz darüber nachdenken, aber sich tendenziell doch dafür entscheiden. Noch besser ist es, wenn du ihr anbietest, dann den Wein oder den Tee oder was auch immer bei ihr zu trinken, weil ihr sowieso wenig Zeit habt, dann muss ihr am nächsten Morgen wieder früh aufstehen, dann muss sie öfters noch einen Babysitter organisieren, was ja auch nicht immer so leicht ist, dass, wenn sie jetzt nicht allzu weit weg wohnt, ihr anbietest, hey, weißt du was, wenn du willst, lass uns die Tage einfach einen Spaziergang machen und wenn wir uns verstehen, dann holen wir uns noch einen Glühwein und chillen bei dir. Und wenn die jetzt irgendetwas bringt wie, ja, aber meine Kinder sind noch da, sagst du, ja, kein Problem, ich kann auch später kommen, wenn die Kinder schlafen. Alles schon oft passiert, wo ich die Mutter auf der Couch im Wohnzimmer gefügelt habe, während im Nebenzimmer die Kinder geschlafen haben. Ich kann mich an einen konkreten Fall erinnern, da war sogar noch, die hat mir gesagt, okay, dann müssen die aber wirklich schlafen, weil das Nachbarskind von der Nachbarin musste sich auch drum kümmern, weil die Mutter wahrscheinlich gerade ein Date hatte. Da waren jedenfalls drei Kinder dann im Nachbarzimmer, ich habe die nicht gesehen, die haben schon geschlafen, die hat es mir nur erzählt, während die Mutter ihren Spaß auf der Couch mit mir hat. Und sie war zufrieden, sie hat sich bedankt, ich fand es auch geil. Einfach und unkompliziert. Da schau halt, dass du nicht so einen ewig langen Weg auf dich nimmst, sollte es jetzt nicht über zwei Stunden zu einer Frau fahren, logischerweise. Aber ich sage mal, wenn du die irgendwo ansprichst, im Supermarkt etc., kann man ja trotzdem im Lockdown machen. Dann, im Supermarkt ist ja meistens, man geht ja nicht irgendwo einkaufen, wo man nicht wohnt in der Nähe. Das heißt, sie müsste eigentlich auch bei dir in der Nähe wohnen. Und hab keine Angst, so klar zu kommunizieren. Du wirst feststellen, dass viele alleinerziehende Mütter dankbar sind, wenn sie jemanden haben, der ihre Lage versteht und auch ihre Bedürfnisse anerkennt. Und zwar, dass es auch sexuelle Wesen sind, die noch besser damit umgehen können, weil die einfach chronisch untervögelt sind und ein größeres Bedürfnis haben. Und wenn es ihnen in dem Fall recht macht, also ich würde es immer so probieren, dass sie erst zu dir kommen, wenn du merkst, es funktioniert nicht, weil die einfach zu viel Stress hat, dann, dass du ihr anbietest, dich bei denen zu treffen. Und falls, wie gesagt, dieser kleine Vorwand kommt, meine Kinder sind noch da, ach, das ist doch kein Problem. Schau, ich kann auch gerne später vorbeikommen, wenn die schlafen, mach mal einen kleinen Spaziergang und wenn es passt, trinken wir noch ein Weinchen bei dir. Und wir müssen feststellen, dass du sehr viel Spaß haben kannst mit solchen klassischen Milfs und das noch schneller vonstatten geht, als bei etwas jüngeren Frauen, die dann noch ein bisschen zimperlich sind, wo du vielleicht nochmal einen größeren Spaziergang machen musst oder nicht ganz so klar kommunizieren kannst, was du möchtest. Wenn du sagst, alles schön und gut, aber ich traue mich nicht mal, eine Frau, eine alleinerziehende Milf im Supermarkt anzusprechen, dann ist jetzt deine Möglichkeit, dich für das kostenlose Analysegespräch zu bewerben unter dem Video in der Videolinkbeschreibung oder oben rechts bei dem I. Klick einfach drauf, schick die Bewerbung ab und ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage und zeige dir Schritt für Schritt, wie wir das gemeinsam umsetzen können. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.